Der von gestern hat ein anderes Gesicht. Großmalheur am frühen Morgen leitet ein Soldatensorgen. Doch er biegt aus Wärmezwecken, Socken um des Fußes Ecken. Schleppend ist der Stiefelschritt, als er aus der Stube tritt. Schneller Blick aufs Zifferblatt sagt ihm, dass er es eilig hat. Flux den Pinsel ins Gesicht. Nasenloch verträgt das nicht. Und wenn alles eingeschäumt, wird der Bart hinweggeräumt. Um den Stiefel noch zu pflegen, kommt die Heizung sehr gelegen. Dann verlässt er diesen Ort. Was noch übrig blieb, liegt dort. Dass auch das passieren muss, ist nun gerade kein Hochgenuss. Selbst für Fälle dieser Art hat ein Streichholzmann parat. Während dieses nun geschieht, wartet man in Reih und Glied auf den Schützen Wagemut, der zurzeit ein Tunichtgut. So als sei der Leutnant er, kommt er auf dem Flur daher. Doch beim Laufen sagt er sich, im neuen Jahre ändere ich mich. Bis zum nächsten Mal.